jolo und herzlich willkommen zu einer neuen folge vielleicht weiß noch nicht zu einem neuen video sagen wir einfach mal und ja weil ich gefragt wurde allgemein ja wegen guides schon recht häufig gefragt wurde machen wir heute mal einen kleinen xp level guide weil mich immer viele fragen wie levit man am besten oder wo kriegt man die meisten xp und so und es hängt sehr stark einfach nur von euch selbst ab was ihr für ein equip habt und so weiter und sofort wo ihr überhaupt leben könnt weil zum beispiel es bringt sowieso nichts nach astrea zu gehen wenn man kein gutes equip hat weil lohnt sich nicht und das geld im endeffekt nur verschwendet und all solche sachen das spezielle fälle ist immer das problem dass man es für jeden einzelnen sagen muss und nicht verallgemeinern kann deswegen ist auch so guide mäßig immer so was schwierig aber ich probiere einfach mal zu zeigen wo die meisten xp sind ja und ihr müsst euch dann selber ausrechnen ist das falsche wort aber ja müsst ihr dann selber einschätzen wo ihr am besten levin könnt weil zum beispiel netzlich viel cooler ist also ich würde nicht nach astrea gehen wenn ich kein geld habe das ist für mich ganz klar oder nicht so viel geld habe aber schauen wir jetzt einfach mal und zwar gibt es ja der schöne fly fiki ja es ist das allererstes was ich anmerken muss hier diese note ist jetzt vor das masker betrug taken from cave live and made if a slightly from our version alles aus dem wiki ist von cave live also von korea ich weiß nicht wie es so dass so ist ehrlich gesagt weil es das web send live wiki und web send sind ja die alles westlich von korea also es ergibt irgendwie keinen sinn dass sie da keine eigenen stats haben oder keine eigenen sachen haben ich weiß es nicht eigentlich müssten die die werte haben aber anscheinend haben sie sie nicht keine ahnung jedenfalls ja es ist einfach das problem wobei ich glaube tatsächlich xp sind davon nicht beeinflusst also es könnte sein also atk steht auch noch mal extra da ist beeinflusst und stats allgemein weil bei stats hp wahrscheinlich nur gemeint ist sehr gut hp und dev aber ich meine die dev ist ich überall gleich von daher ja gut okay mag die dev noch aber ja ich hoffe xp ist davon nicht betroffen weil ich bin mir ziemlich sicher nicht und zwar gibt es ja immer diese altbewertete diskussion astria gibt mehr xp als normales ding stimmt nicht es stimmt aber auch nicht gibt nicht mehr xp weil das problem ist das ändert sich ab einem gewissen level das level habe ich jetzt nicht rausgesucht weil ich jetzt ehrlich gesagt zu faul war aber man muss das einfach für jedes mob einzeln nachschauen für jedes level meine ich natürlich also hier sieht man ja die xp natürlich 26.000 xp das sagt einem jetzt ein scheißdreck ja aber sagt man jetzt mal ist level 70 dann sind das 0,10 oder 0,12 oder so damit kann man eher was anfangen oder sagt man einfach 0,26 ja einfach nur weil es jetzt einfacher ist 0,26 899 wären zeit aber sagen wir 0,26 und das sind level 74 tower monster hervor sagt ein tower nord flaris kennt jeder b2 ist das dann yeti gibt 29.000 xp also 0,29 0,03 mehr und ist level 73 ja also gibt schon mal mehr xp so gesehen stimmt das schon mit astria gibt mehr xp zumindest als tower tja was jetzt aber viele überraschen wird und das ist das was ich immer gesagt habe ich will jetzt nicht sagen ich wusste es besser weil später habe ich dann auch nicht recht dass es hat nie jemand recht der irgendwie sowas gelabert hat also wir sind alle voll idioten aber das wissen wir schon lange okay ja aber hier carrier bombs level 73 genau das gleiche level wie geht die geben 0,33 die normalen die smalls geben nur 0,31 was mich auch sehr verwundert dass das so ein großer unterschied ist also der ist ultra minimal aber wenn jetzt wirklich 100 viecher töd ist das so sind das halt schon wieder 200.000 mehr von daher ist das eigentlich schon ein großer unterschied das ist wie als wenn es noch mal einfach so acht mobs tötest also also scheiß jetzt auf die genauen zahlen nur in etwa also macht natürlich schon unterschied aber ja ist ein ziemlich großer unterschied weil das sind einfach noch mal 0,04 mehr das heißt es sind insgesamt 0,07 mehr als im tower wenn man jetzt so viel prozent bekommen würde wie gesagt das nur theoretisch aber es sind trotzdem 7.000 mehr das ist schon nicht zu unterschätzen also der tower ist da auf jeden fall am anfang sehr sehr schlecht weil man dazu sagen muss der tower ist immer der schlechteste ort zum level das ist überall gleich der tower gibt immer am wenigsten xp der einzige vorteil vom tor ist überhaupt meiner meinung nach dass da die mobdichte ähnlich wie in astria hoch ist wobei das auch eigentlich nicht wirklich stimmt weil ab b4 haguel b4 müsste b4 sein oder es b3 es ist b3 aber ist ja egal jedenfalls ab den mobs finde ich persönlich ist der tower nicht mehr so dicht besiedelt also gula ketsis also b1 b2 auf alle fälle das sind richtig viele mobs auf einem haufen aber ab b2 finde ich nicht mehr dann erst wieder im b5 bei gorghoffs und ganessa da sind wieder ziemlich viele auf einem haufen aber b4 und b3 sind finde ich ziemlich schlecht besiedelt also da kann man nicht so gut leben trotz mob dichte also natürlich ist sie vielleicht höher als in dark und 3 ich meine dark und 3 ist total schlecht zum leveln aber immer noch besser als der tower von xp her zumindest aber dann worauf ich jetzt hinaus wollte ist also hier ist tatsächlich jetzt die normale welt die open welt mit den xp reine xp die man bekommt das beste also jetzt würde ich euch empfehlen ja kauft euch kein arzt rettiger die kriegt weniger xp und der einzige vorteil ist ihr habt keine agro mobs aber wenn ihr sowieso kein gutes equip habt oder so viel so wenig geld habt dass ihr euch darüber sorgen machen müsst kann ich meine arzt rettiger leisten oder nicht ja dann würde ich niemals dahin gehen und dann seid ihr wahrscheinlich auch level 70 oder so oder irgendwie sowas in dem dreh von daher würde ich euch immer empfehlen hierhin zu gehen weil kriegt ihr sogar mehr xp mob dichte natürlich sagt deswegen das ist immer die der teil der diskussion der dann ja erstmal auszulegen ist bei astra sind natürlich wesentlich mehr mobs bei carrier bombs musste mehr laufen in der zeit wurde bei carrier bombs mehr läuft tötest du noch mal marmut zeichen yeti dementsprechend kriegst du schon mehr xp aber es geht jetzt nur wirklich um die xp du bekommst die du bekommst und da gibt astra auf jeden fall nicht am meisten darauf wollte ich auf jeden fall hinaus dass das jeder weiß der arbeit das ist wichtig für anfänger weil ihr kauft euch ein astra ticket meint da kriegt man die meisten xp und das stimmt nicht mal wie gesagt bis zu einem gewissen punkt den ich noch nicht herausgefunden habe aber kann man einfach nachschauen also ihr müsst einfach nur ein level nachschauen also hier seht ihr hier oben live minus wiki web.websend.com das ist die beste seite das ist die einzige seite wo die stats auch stimmen außer sind sind halt von cave live und differenzieren aber kommen es ist das einzige offizielle wiki was man hat deswegen muss man damit arbeiten genau und zwar gehen wir zu den mobs die die meisten leute interessieren mammuts beziehungsweise in dem fall captain tantalian 108 b4 geben 639.000 xp sagt man wieder 0,63 wobei es werden wahrscheinlich eher 0,0 63 ja egal ja gut so will ich aber 0,63 und mammuts geben 0,82 ja deutlich mehr 0,19 wären das mehr also es ist extrem viel mehr es ist wirklich krass viel mehr und hier steht tatsächlich nur artikast jetzt hier steht nichts von ans ist egal wird schon stimmen vor allem die xp wie gesagt sind eigentlich keine stats aber dann die open world caldera gibt tatsächlich nur die 109 690.000 also gibt 0,69 also gibt mehr 690.000 zu 639.000 und astrea gibt einfach 828.000 was ich persönlich ein bisschen komisch wird warum sie das so krass geändert haben oder das heißt geändert haben aber warum das hier warum das überhaupt anders ist weil ich finde man hätte das vom prinzip her äquivalent steigern sollen also wie matheunterricht halt das eine ist niedrig und wenn das andere steigt steigt das um genau das gleiche so ungefähr also das halt immer tower schlecht astrea mittel plus mob dichte im endeffekt gut und open world sehr gute xp schlechte mob dichte blablabla ja aber ist halt nicht so weil hier auf level 109 und da müsste man es dann einfach stetig zurückverfolgen mit jedem astrea mob wo man danach schauen kann bei tower und open world welche mobs auf einem ähnlichen oder gleichen level sind tower ist immer anders als astrea weil die gibt es nicht auf dem gleichen level aber hier eben schon in der open world von daher ist das irgendwie komisch also ich verstehe es nicht ganz wieso das so komisch ist weil man muss es ja dann echt für jedes einzelne mob nachschauen außer man hat es alles im kopf aber selbst wenn das video sich jetzt angeschaut habe spätestens in einer woche habt ihr es auch wieder vergessen wer wer jetzt wo genau die meisten xp gegeben hat und außerdem wird es uns 100 jahre dauern hier wenn ich jedes einzelne mob durchgehen würde außerdem könnte es ja wie gesagt einfach selber nachschauen für euer level das ist ja das was euch interessiert genau und ja aber ich finde ich finde es sehr interessant also dass hier dieser krasse unterschied ist auf low level aber eigentlich ist es gut so weil auf low level hat man immer weniger geld in der regel als auf high level das heißt auf high level lohnt sich zu mammuts zu gehen und auf low level bleibt in der open world weil ihr kriegt die meisten xp gut habt agro mobs gut habt eine schlechte mob dicht oder was heißt schlecht weniger mobs ja ich meine so schlecht ist die mob dichter bis dark on 3 nicht also ich persönlich kann damit leben ich finde jetzt nicht so schlimm und ja im tower würde ich euch einfach empfehlen gar nicht zu leveln ehrlich gesagt weil der tower ist kein ort in dem man wirklich levelt ich finde der tower ist so ein ort ja keine ahnung dass ich mag den tower einfach nicht ich habe den schon immer gehasst und jetzt soll ich auch noch eine begründung dafür man kriegt immer am wenigsten xp also das ist die beste begründung der welt dafür man kann nicht fliegen man kann sein lied schnitten wo abstehen weil überall scheiß aggro sind also der tower ist einfach kein geiler ort weil man jetzt wirklich gutes equip hat und einfach nur auf mob dichte ziehen uns kein bock hat sich ein astre zu kaufen mein gott gehe ich halt in tower ja dann scheiße ich darauf hätte ich die mob sowieso wollen hätte ja gut egal aber vor allem anfänger und dann euch ist es ja auch gerichtet weil alle anderen wissen wo soll er werden müssen und die meisten xp bekommen hoffe ich zumindest ja es ist halt schon denke ich mal informativ dass die open world nicht so schlecht ist wie alle behaupten weil wie gesagt stimmt einfach nicht dass die open world am wenigsten xp gibt ist einfach nicht wahr nachhinein dann hier ist es dann schon war das ist das ist das was ich jetzt so blöd finde weil man kann zeit nicht verallgemeinern weil es ist überall anders also ja irgendwie komisch gemacht also wie gesagt ich verstehe es nicht ganz aber ja mein gott ist also genau so hat es mal viel gequatscht genau wollte ich jetzt wirklich allgemein noch mal zeigen hier weil ich ja so habe ich noch nie gezeigt und ich finde einfach es ist wirklich perfekt gemacht also man kann hier es ist untergliedert charakter classes es ist equipt drin es ist gameplay drin es sind alle dungeons drin die es gibt also wenn ich schon mal gefragt habe wie viele dungeons gibt es eigentlich und was für dungeons sind das so und da steht auch genau die hp von den vier hier boss seht ihr was ihr droppen könnt und ach nee boss muss man da oben drauf klicken hier da kommt ihr auf den boss und dann seht ihr okay der hat da steht es eine million hp macht so und so viel artikel schaden das ist immer ein bisschen schwierig auszurechnen wie viel schaden der dann wirklich macht aber das ist eine andere sache jedenfalls kann einfach alles nachschauen also ich finde es wirklich cool gemacht und ja es hat mir sehr viel weitergeholfen weil ich habe in der zeit zeit ich das nutze schon sehr viel sachen hier nachgeschaut und auch upgrade mäßig und so war auch jemand man letztens meint ich sollte man upgrade guide machen braucht man nicht und vor allem wenn ich mir das hier so anschaue dann will ich auch gar kein machen weil das ja alles durchzugehen und hier diese tabellen und sowas was kannst du nicht in einem guide bringen weil dann laberst du fünf stunden bis das alles durch hast ja und es interessiert halt eben auch nicht jeden und deswegen für die leute die selber nachschauen wollen schaut es einfach im wiki nach so mache ich das ja auch also ich meine ich weiß auch nicht mal ansatzweise alles von daher ich schaue alles was ich nicht weiß hier nach oder frag jemanden weil ich auch gewernt habe mittlerweile mit dem nachfragen also mir wurde jetzt mittlerweile schon so viel scheiße erzählt die einfach nicht stimmt die einfach so ein scheiß gelaber war wo ich mich ehrlich gesagt schon gewundert habe ich dachte eigentlich dass man so dem ein oder anderen schon vertrauen hätte können oder vielleicht weiß es selber nicht besser aber ja teilweise wurde mir schon so viel wie scheiße in fly verzehrt das könnt ihr euch nicht vorstellen und deswegen mittlerweile bin ich sogar so drauf ich eigentlich alles was mir erzählt wird glaube ich einfach auf den ersten schlag mal nicht wenn ich es nicht selber besser weiß oder wenn es nicht im wiki steht ja dann glaube ich sowas einfach nicht weil ich einfach keinen bock mehr dann laufe ich mit der falschen information rum erzähle das jedem anderen und dann kommen die zu mir und sagen etwas aus der ich finde scheiße das ist ganz anders und ich denke mir so ja der hat es doch gesagt und so und ich dachte immer dass das so ist und so einfach nur behindert erstens mal steht man da wie ein vollidiot und zweitens mal ist es einfach nur schlimm wenn man sachen nicht weiß obwohl man sie eben nachschauen kann ja also dieses halbwissen ja das stört mich einfach und das kann man hier mit eben besiegen natürlich jetzt steht vielleicht nicht alles drin kann tatsächlich sein aber eigentlich schon das ding ist halt die so sachen wie hier masker pad treasure box sowas gibt es bei uns nicht das ist eu-only also vielleicht gold ist das das ist eine andere version als bei uns die ist allerdings wirklich so minimal anders dass sich kaum was unterscheidet also was gibt es bei uns nicht also das sind auch ein paar sachen drin die es bei uns nicht gibt leider aber es gibt kein deutsches forum das ist das problem an der ganzen sache aber die meisten sachen sind genauso wie bei uns glücklicherweise genau ja gut haben wir das ja dann würde ich sagen war dass das frei für die freute tatsächlich das website ist best view using firefox oh oh damit 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 ich öffne es einfach mit chrome ich halte bad boy oh shit ja gut was kann man das könnte man jetzt noch nachschauen was euch interessieren würde aber eigentlich wie gesagt das ist halt das schöne dran jeder kann nachschauen was einen selbst interessiert das ist wirklich nice hier kalgas cave das ist der krasseste dungeon im spiel im behemoth ist es da oder da gibt es level 1, level 2 es ist nicht mal es ist nicht mal der behemoth fail ja ich weiß es aber echt nicht was ist denn da das Viech hier kai gas sound ja müsste der kai gas oder ah da kai gas cargo reaper ja der steht hier gar nicht doch ripper ja das ist nicht der endpost doch der kai gas cargo reaper der muss der beste sein weil er in einer anderen farbe geschrieben ist ist ja auch scheißegal jetzt egal ja jedenfalls wie gesagt ich hoffe mal das hilft euch allgemein weiter weil ich denke einfach dass das wirklich cool ist und ja genau ich wiederhole mich hier nur noch von daher würde ich sagen macht's gut als rein bis zum nächsten mal und ciao ciao ich bin es geht ich bin es geht Menschen